So, hallo zusammen. Jetzt sind wir hier, um die Müllkippe zu sabotieren, damit sie nicht irgendwelchen umwelttechnischen Schaden noch weiter anrichten. Dazu entlege ich mich erstmal meines aktuellen Geldes. Wir müssen ein bisschen Cash loswerden in Barclay. Bin gleich da. Dann sterbe ich und die haben wieder all mein Geld geklaut, die Penner. Ja, auf jeden Fall habe ich noch die Hälfte an Schutzwesten und noch alles legen und genügend Adrenalinspritzen für den Fall der Fälle. Daher müsst ihr eigentlich einfach passen. Dann versuche ich das, das zu gehen. Ich gehe jetzt hellig. Stellschwein. Ich könnte schwören, ich hätte was gehört. Da oben ist ein Böser und da unten ein Böser. Ah, muss man schauen, dass die einigermaßen... Alleine erwische, um sie dann zu... Na, sagen Sie mal zu reinigen. Der scheint nicht dabei zu sein, okay. Interessant. Wo genau muss ich dann dahin? Dahinter einfach, oder? Lass nach Leute! Los! Dein Waffenschrank. Und der ist natürlich offen, klar. Mal sicher selber nachladen. Ne, ist alles geladen, okay. Was heißt denn das jetzt? Geht's geiler oder besser? Ich nehm' die... Ich arbeite mir mit der Wutzie. Sicher, sicher. Da sind zwei Typen oben. Na, hier kommt hier gar nicht hin. Vorsicht! Ein Arschloch mit ner Knarre! So. Da komm' ich nur rüber, in dem ich... So da hinten kommen, oder was? Und ich muss eigentlich bloß dahinter. Hm. Bloß. Hä? Was glaubst du, wo du hingehst? Wette, du bist da drüben. Okay, der hat mich gesehen. Hat er mich gesehen? Etwas schneller! Himmel! Ich bin mir nicht sicher. Dich pro Stunde! Ey, hab ich keine Ahnung. Wir müssen aber irgendwie doch... Einfach nur dahinter, ne? Okay. Ach, Entschuldigung! Jetzt macht mir fällig's mal! Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit! Geh mal schön schauen, wer da oben ist. Wo da jemand ist? Ah! Okay, da hinten komm ich also. So, dann warten wir mal und schauen mal, wo der Typ hin kommt. Hä? Ach ne, das ist Wachposten Nr. 2. Naja, der kommt vielleicht. Tack! In your hall. Uh, was ist das denn für ne nette Knarre? Die da oben sind. Das ist hier privat und so. Sie alleine. Da liegt ein toter Wurm. Der Junge. Ah! Ah! Tack! Sicher ist sicher. Ich hoffe, es hat jetzt keine weiteren Leute. Ähm. Angefixt. Da ist ein Bürgerwachtposten. Immer noch. Der eiert wo rum? Irgendwo anders. Fuck. In your face. So, dann. Vielleicht gibts hier irgendwas. Money, money from me. 3000! Abgespaced! Oh, hier ist ein geiles Sniper. Aber. Prinzipiell wär das voll meins. Aber da ich keine Sniper benötige, weil ich eigentlich. Hier möglichst Stealthy durchlaufen möchte. Mit dritten! Ah! In your face. Durch ein paar Platz. Ist klar. Und noch mehr Geld. Hahaha. Was ist denn hier zu holen? Nein. Mir danke. Okay. So. Was gibt's denn hier? Da stehen ein paar Tüten rum. Gibt's da auch noch Tüten? Nope. Okay. Wie geht's nicht rein? Na gut. Wo ist das ganze das hier drin? Ja. Da sind irgendwelche Leute. Was ist denn hier eine fucking Tür? Ach. Von oben geht's rein oder was? Na geil. Von wo? Oh. Hier oben? Von da oben. Oh. Da muss ich doch hin. Lass mich raten. Na erstmal eine Türe cracken. Oh. Da steht sogar dran mit Schloss gesichert. Oh. Oh. Ne schöne Sicherheitswestern. So. Dann versuche ich mal irgendwie hier rein zu kommen. Gut das ist so ein tolles. Als ich Toni für was besseres hält, hängt in dem Hotel ab wie die Königin von Saba. Ah. Da oben schmeckt jetzt nicht mal, oder? Was glaubst du wer ihn umgelegt hat? Mit diesen Dixi-Sumpfarschgesichtern, den Mix oder den Haitianern. Schwer zu sagen. Ehrlich gesagt fühlt es sich ganz gut an, dass zur Abwechslung mal einer von den Arschlochbonzen da oben auf die Fresse gefallen ist. So zu sagen. So was solltest du in was leiser sagen? Genauso wie in Namen. Der Typ läuft irgendwo hin. Der Typ kassieren die Lorbeeren und wir ziehen die Arschkarte. Ah ne da läuft die aber nicht entlang. Okay. Scheiß. Alarmiert. Penner. Da ist ein Typ. Da sind noch Typen da hinten. Ich hoffe die sehen mich jetzt einfach nicht. Sondern dann laufe ich immer entspannt hoch. Da ist einer. Da ist noch irgendein anderer. Okay. 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 Dann geht es mal hier weiter. Start in your face. Und interessiert es jemanden? Nope. Okay. 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 Da ist noch mehr Geld. Meins. 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 Alles meins. Liegt es auch noch irgendwo Geld? Die war doch gerade noch Geld oder? Naja. Dann halt nicht. Da beim nächsten. Gibt es noch Geld. Gibt es noch Geld? Gibt es noch Geld? Wird ja auch echt leer oder? Nice. Warte. Da reicht er mit mir. Gibt es die T-Trop irgendwo anders? Okay. Ein Typ mit Gepartmaske. Okay. Verstehe. So dann sind wir jetzt quasi da. ich sollte mich aber nicht ohne Wichtgasmaske aufhalten eigentlich naja was ist das denn jetzt hier Generat oder gut dann verschwindet mach lieber von der Müllkippe mit Superspeed rumrum 5 Minuten wenn ich da Plätze da rein springen naja lieber nicht oh yeah zack paar Meter runter das ist eigentlich viel geilere Auto gewesen ui jetzt was mach ich jetzt kaboom ausgezeichnet Super Stealth Mode und aktiviert hahaha ratatapeng und haha bis dann quiz dann hey m u